Ja gut, wir dürfen nicht vergessen, dass wir gegen Bayern München spielen, das ist einer Europas besten Mannschaften und man hat gesehen, was in ihnen steckt, das Selbstbewusstsein wurde natürlich immer größer mit dem Tor, sie hatten gute Ballstafetten in ihren Reihen, das war schwer überhaupt an den Ball zu kommen, da hatten wir teilweise 20 Kontakte, oder die Bayern hatten teilweise 20 Kontakte ohne jegliche Ballberührung von uns und es war enorm schwer für uns dagegen noch zu agieren. Untertitelung des ZDF, 2020 Doppelfass mit Ribéry, Doppelfass mit Groß, Schussgefühl nicht in Vorarbeit, hier kommt der andere, lässt sich von Ribéry versorgen, danach lässt er sich von Groß versorgen, besser geht's nicht. Doppelfass mit Rockоне Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Surprise, 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 Surprise You're much better looking when you're in disguise Surprise, 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 surprise And this revolution is brought to you by Those who seem to think we don't care And those who seem to think we're not aware Surprise, 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 surprise You're much better looking when you're in disguise Hey!